Everton, Everton steht ein Platz vor uns, ein Punkt vor uns in der Tabelle und ja, drei Punkte wollen wir natürlich wiederholen hier. Wichtig aber auch. Ganz wichtig aber auch ist, dass wir jetzt Vertrauen, glaube ich, gesammelt haben gegen Burnley, dass wir uns das auch wieder gut präsentieren hier gegen Everton. Ja, ich möchte mich echt auf dieses Ballbesitzspiel, glaube ich, bei uns festlegen, da sind wir sehr stark eigentlich. Oh, Barreka. Schöne erste Möglichkeit. Ich mag es. Okay. Ja. Z-Z, gelb. Ganz locker. Ameson. 1-0. 1-0. 1-0. 2-0. 1-0. Vielen Dank. 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 Ja, das war die Ja, das war die erste Lösung. Ja, das war die... Das ist eine riesige Entscheidung. Ja, das war... 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 Ja, das war...